Manchmal muss man eben einen Neuanfang wagen. Das weiß auch Helene Fischer. Doch mit dieser überraschenden Trennung hätten ihre Fans wohl nicht gerechnet. Nach dem Liebesaus mit Florian Silbereisen gibt es im Leben von Helene Fischer nun die nächste Trennung. Die Sängerin macht Schluss und wendet sich von alten Weggefährten ab. Auch Thomas Seitel dürfte von ihrem Entschluss eiskalt erwischt worden sein. Wenn die hübsche Schlager-Queen einen Entschluss fasst, kann sie eben niemand mehr davon abbringen. Doch was ist passiert? Offenbar räumt Helene Fischer gründlich auf in ihrem Leben. Das zeichnete sich bereits ab, als herauskam, dass ihr Album Rausch erstmals ohne ihren Entdecker Jean Frankfurter entstanden ist. Und nicht nur das. Auch Christina Bach, die einst ihren Mega-Hit Atemlos komponierte, ist nicht mehr mit von der Partie. Was hat Helene Fischer zu dieser drastischen Entscheidung veranlasst? Helene Fischer hat sich getrennt. Und mehr noch, auch von ihrem Tour-Veranstalter Semmel Concerts hat sich Helene Fischer losgesagt. Ihr Rekord-Open-Air-Konzert im August 2022 in München vor 150.000 Menschen wurde von Lloyd-Geb Entertainment veranstaltet. Was steckt hinter diesen überraschenden Veränderungen? Immerhin stand Helene sehr lange bei Event-Manager Dieter Semmelmann und seiner Firma unter Vertrag. Helene Fischer hat uns nach 13 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit darüber informiert. Ihr nächstes Tourneeprojekt nicht mit Semmel Concerts Entertainment GmbH umsetzen zu wollen. Wir respektieren diese Entscheidung und wünschen der Künstlerin alles Gute, heißt es gegenüber Bild. Über die Trennung soll Semmelmann sehr traurig gewesen sein. Was hat Thomas mit Helene Fischers Trennung zu tun? Hat Thomas Seidel etwas damit zu tun? Gut möglich, dass die neue Liebe Helene Fischer dazu inspiriert, auch beruflich einen Neuanfang zu wagen. Im Interview mit Janine Ullmann offenbarte die Schlager-Queen einmal, wie sie den Anfang ihrer Liebe zu Thomas Seidel damals empfunden hat. Und passiert etwas im Leben, darauf bist du nicht vorbereitet und hast du so auch alles nicht geplant. Und am Schluss, rückblickend und reflektierend, ergibt alles Sinn. Hat ihr dieser Sprung ins kalte Wasser damals den Mut geschenkt, auch beruflich neue Wege einzuschlagen, sich von Altbewährtem zu trennen? Es scheint so. Sicher war jedoch auch Thomas Seidel überrascht davon, dass seine Freundin plötzlich so furchtlos zu neuen Ufern aufbricht. Doch er steht seiner Liebsten mit Rat und Tat in jeder Lebenslage zur Seite, wie sie selbst verriet. Ich habe natürlich Thomas im Entstehungsprozess involviert und natürlich auch Dinge reinhören lassen, wo ich früher immer gesagt hätte, nee. Das ist mir noch zu früh. Und jetzt ist das alles anders. Ich lasse ihn so teilhaben, an meinem Sein, an meinem Leben. Die Schlager-Queen wagt einen Neuanfang. Der Erfolg gibt Helene Fischer recht. Sieht ganz so aus, als habe sie sich auf ihr Bauchgefühl verlassen können. Nach der Trennung von ihren ehemaligen Weggefährten hat sie sich mit Cirque du Soleil auf Tournee begeben und ihren Fans eine atemberaubende Bühnenshow geboten. Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere. Deshalb wollen wir gemeinsam mit dem Cirque du Soleil echtes Neuland betreten. Und euch ein Erlebnis bieten, das es so vorher noch nicht gab. Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen und Welten schaffen. Und unsere unbändige Freude, endlich wieder live auf der Bühne zu stehen, mit euch teilen, verkündet Helene auf ihrem Instagram-Kanal. Und ihr Mut hat sich bezahlt gemacht. Die Blödsinきた und gemacht dann wieder live auf dertitelung. Musik Vielen Dank.